Ja, ich hab noch einen Grund dazu. Meinst du? Ja. Darum geht's doch überhaupt nicht. Ich bin's doch, derjenige. Warte mal. Pause und los. Darum geht's doch überhaupt nicht. Ich bin doch derjenige in unserer Persehung. Mit Pause und los. Ruhe. 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 Ru Mit Pause, und los! Weißt du, Ken, du bist die Frau, die mir gezeigt hat, dass sie lieber auch etwas schön sein kann. All right, was ist das? So, wer hinter... Das gibt es doch gar nicht! Gut, das wollte ich nicht mehr vorhaben. Was hab ich jetzt... Was? Ich hab den Text vergessen! Du bist die Frau, die mir gezeigt hat, dass Liebe auch schön sein kann. Was hab ich denn gesagt? Dass Liebe auch etwas schön sein kann. Sind sie nicht beschissen? Das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe Waschmittel, wie ihr Ferry Ultra. Ferry? Sie hat gesagt, dass Liebe auch schön sein kann. Ja, ich hab's. Und, los! Das ist zum Heulen, Kim. Wer hätte den Text da echt reinkneten sollen. In Ruhe! Sei doch mal... Beschlochner! Sag mal, du bist doch wohl diesen einen... Also, es wäre ja... Das Reue ist wirklich ganz schwarz. Und los! Weißt du, Kim... Das sollten wir fünfmal ganzes Bestörte machen, ey! Können wir? Seid ihr bereit? Ja! Den wir noch ein bisschen zusammen. Okay! Und, los! Weißt du, Kim... Du bist die Frau, die mir gezeigt hat, dass sie Liebe auch schön sein kann. Das würde sich ja schon so gepresst an, ey! Nur so... Oh, schnell! Ich lasse es raus! Und? 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 Du bist die Frau, die muss er von oben über den Augen machen. Was ist das für meine Frau? Hörger! Und? 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 Ich lasse es. Oh nein!